Fünf gerade sein lassen ist mein Motto und Bastian mein Name. Ich grüße euch. Heute geht es um ein Thema, das mir eigentlich schon länger ein bisschen auf der Seele brennt. Und zwar ist es die allgemeine Abneigung von uns allen, irgendwelche Dinge zu planen. Das ist halt, wir sind alle so drauf, viele von uns planen nichts, wir basteln halt einfach drauf los. Das ist auch absolut okay, da spricht nichts dagegen. Ich meine, ich mache das ja auch gerne. Gerade loslegen, gucken, was an Material da ist, alles verwursten, was da ist und so weiter und so fort. Aber es kommt leider sehr oft der Punkt, wo ein bisschen Planung eigentlich nicht schaden würde. Warum eigentlich? Na, erstens mal, wir können bestimmte Sachen viel besser designen, viel besser gestalten, wenn man da ein bisschen planen würde. Dann ist es so, wir brauchen öfters auch mal spezielles Material. Da sollte man natürlich wissen, wie groß ist es, wo kriege ich es her und so weiter und so fort. Und auch ein Punkt ist der Kostenpunkt. Den dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen, denn wenn man nichts plant, geht viel schief. Es ist leider so. Und ich musste aus eigener Erfahrung sagen, ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Seine Idee, also vorab mal auf Papier zu bringen, ist im Prinzip eigentlich keine schlechte Idee. Okay, naja, und wenn ich mich dann also mit den Leuten unterhalte, dann ist es ja fast schon ein Stolz zu sagen, nö, ich plane nichts. Nie, niemals, auf gar keinen Fall. Also ich meine, witzigerweise muss ich dazu sagen, ja, ich habe auch diverse Statistiken von meinen Videos und wenn das Wort Planung fällt, ist tatsächlich so, die Leute klicken weg. Also es existiert ein Fluchtreflex und einerseits kann ich es wirklich verstehen. Leute, ich kann es auch verstehen. Ich meine, es geht mir genauso. Einfach mal drauf loszimmern, ist natürlich spannender, wie irgendwie auf dem Papier rumzuschmieren. Aber es scheint hier doch irgendwo eine Hemmschwelle zu existieren, die ich bis jetzt nie begriffen habe, woran das das liegen könnte, worum das überhaupt so ist. Und letzten Endes bin ich nicht davon überzeugt, es liegt eigentlich eher daran, wir haben alle ein bisschen Schiss vor Denkarbeit. Denn wenn man da ein bisschen planen muss, muss man ein bisschen denken und das macht keinen Spaß, das ist anstrengend, wollen wir nicht. Also denkfaul sind wir ja im Prinzip alle. Und dann gibt es natürlich noch die nächste Ausrede, die höre ich auch öfters. Ja, erstens, ich kann nicht zeichnen, das ist der eine Punkt. Und zweitens hier mit Geodreik und Co. Hallo, ich möchte ja mein Hobby frönen und hier nicht einen Doktor machen. Ich meine, okay, alles verständliche Punkte ist richtig, aber wenn Planung ja angeblich so verpönt und unnötig ist, warum boomen dann die ganzen SketchUp-Kurse und die ganzen Cut-Programme werden runtergeladen, wie blöd und ich sag mal Fusion ist auch gerade der neueste Trend. Da stürzen die Leute sich drauf. Warum? Ich meine, es ist ja angeblich nicht nötig. Na gut, dann laden sie sich die Programme runter, das ist also schnell erledigt und dann beginnt bei den meisten das große Entsetzen, wenn man feststellt, oh, also ein bisschen komplizierter wie ein Blatt Papier ist es wirklich. Also man muss sich in diese Programme wirklich hart einarbeiten und natürlich schwingt da so ein bisschen der technische Flair mit, denn man ist bei diesem Programm im mehr oder weniger wirklich dazu gezwungen, sehr detailliert zu arbeiten. Das heißt, man sollte noch, bevor man einen Plan überhaupt hat, wissen, was man da macht, wie das Ding aussehen soll. Und daher gehe ich eigentlich jetzt fast davon aus, dass es sich hierbei eigentlich mehr oder weniger um ein kleines Verständnisproblem handelt. Denn was ist Planung eigentlich? Das Erstellen einer Cut-Zeichnung, also einer Konstruktionszeichnung mit fertigen Maßen usw., ist im Prinzip nur der letzte Schritt einer Planungsphase. Planungsphase und nicht die Planung selbst. Also ein Konstrukteur hat im Prinzip, bevor die Zeichnung überhaupt erstellt wird, schon eine Menge Arbeit da reingesteckt, Planungsarbeit. Und wenn jetzt dieser, ich sage jetzt mal, imaginäre Konstrukteur an den Schreibtisch von seinem technischen Zeichner geht und ihm seine ausgearbeiteten Ideen, die er einfach nur auf Schmierzetteln hat, einfach die Dinger auf den Tisch knallt, mit der Bitte, macht daraus bitte eine technische Zeichnung, damit die Leute in der Produktion wissen, was zu tun ist, ist seine Arbeit erledigt. Der technische Zeichner geht jetzt hin, nimmt diese vorkonstruierte Geschichte und macht daraus eine normgerechte Zeichnung. Das ist also der Part, an den die meisten Leute vermutlich denken, die Zeichnung machen, ist ja eklig. Jetzt ist es so, wir Hobbybusters sind ja im Prinzip Konstrukteur, Designer, technischer Zeichner und ausführende Kraft in einer Person. Das heißt, das, was wir uns da zusammenzeichnen, das müssen nur wir verstehen und sonst niemanden. Also muss es denn dann so genau sein? Im Prinzip nicht. Und genau darum geht es jetzt eigentlich. Wir brauchen im Prinzip mit unserer Planung nur eine Marschrichtung vorgeben. Natürlich brauchen wir ab und zu auch mal ein paar Maser und so weiter und so fort. Aber alles in einem Rahmen, wo man sagt, hey komm, lass mal die Kirche im Dorf. Ein weiterer Einwand, den ich recht häufig höre, ist so dieses typische, ja, hey, ich bin jetzt mehr der kreative Typ, ja, ich habe das nicht so mit Planung und so weiter. Und da kann ich immer noch sagen, hey, gerade bei dir würde ein bisschen Planung wundervoll bringen. So, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Leute, die von sich aus gleich immer sagen, boah, nee, zeichnen, ich kann überhaupt nicht zeichnen, das wird ja nichts. Und, oder gerade ganz besonders, wirklich Bastelanfänger, sage ich jetzt mal, die das erste Mal reingehen in die Materie, ja. Euch hilft es ungemein, wenn ihr euch einen Zettel schnappt und eure Projekte da mal skizziert. Weil im Prinzip, ihr könnt die Projekte auf dem Papier, in euren Gedanken, vor Plan, Prinzip durchspielen das Ganze, als würdet ihr es bauen. Das macht im Prinzip keinen Unterschied, nur dass es halt auf dem Papier macht. Wichtig dabei ist einfach nur, dass ihr den technischen Bereich einfach mal ausblendet. Denkt nicht an Zahlen, an Daten, irgendwelche Maße oder sowas, sondern einfach nur konstruiert, designt euer Objekt, ja, formt es aus, sind die Proportionen schön, passt alles, ändert hier, kombiniert da. Ja, das ist wie ein Spiel im Prinzip und dafür braucht man im ersten Moment, im ersten Teil, in dem man irgendetwas entwirft, braucht man keine Zahlen, keine Daten, keine Fakten, man braucht nichts. Einfach nur ein Blatt Papier und loslegen. Und das ist jetzt eigentlich genau der Punkt, wo die Zeichenkritiker und Zeichenmuffel eigentlich im Prinzip recht haben, wenn sie sagen, oh, mit einem Papier, das ist so mühselig, ne, wenn man sich da verzeichnet hat, wieder alles wegradieren, wieder von vorne. Klar, es ist nicht zeitgemäß und dafür gibt es tatsächlich Möglichkeiten. Ich meine, es gibt da eigentlich schon seit Längerem tatsächlich so ein Zwischending zwischen Papier und CAD-Programm, das wirklich flexibel genug ist, um da wirklich rumzuspielen und in der Lage ist, hinterher daraus tatsächlich auch brauchbare Zeichnungen zu holen. Das heißt, wichtige Maße, die wir brauchen, können damit auch erfasst werden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was dieses Wunderwerkzeug eigentlich sein soll, naja, es ist ziemlich simpel. Es sind tatsächlich stinknormale Vektorzeichenprogramme. Die gibt es schon seit Ewigkeiten, benutzt nur keiner dafür. Ja, und das richtig Coole an diesem Vektorzeichenprogramm ist tatsächlich der eine Punkt. Erstens mal, man kann damit maßstabsgetreu auch zeichnen. Sie nehmen unsere Menge Denkarbeit ab. Wir sind ein bisschen denkfaul. Sie haben auch alles mit an Bord, um Kreativität und technische Genauigkeit tatsächlich unter einen Hut zu bringen, ohne, dass die ganze Geschichte jetzt mit einem Übermaß an Funktionen überladen ist. Das muss nicht sein. Ein weiterer Riesenvorteil ist, Vektorgrafiken, also das Dateiformat, das man mit diesem Programm ausspucken kann, lassen sich wirklich sehr vielfältig weiterverwerten. Sei es jetzt für einen stinknormalen Schneidplotter, um damit Folien zu schneiden oder um sie an die CNC-Fräse zu schicken und so weiter und so fort. Also mit diesen Daten kann man noch eine ganze Menge machen. Und das Ganze unter dem Gesichtspunkt, dass man diese Programme eigentlich relativ schnell erlernt. Das heißt, es ist nicht allzu kompliziert. Und wie gesagt, meiner Meinung nach machen Vektorzeichenprogramme sich dadurch zu absoluter Schweizer Taschenmesser in Sachen Planung. Für Hobbyhandwerker, also für einfache Aufgaben, wenn es jetzt nicht komplizierte 3D-Sachen oder sowas ist, ist das sowas von ausreichend. Und ich habe in den vergangenen Jahren wirklich schon unglaublich viel damit geplant. Ich meine, das waren von Ladenausrüstung, das waren Tegen, Bars. Ich habe Möbelstücke, Badspiegel sogar, ja, teilweise sogar Produktionseinrichtungen, ganz primitives Zeugs. Meistens immer dann, wenn es besonders schnell gehen musste, habe ich tatsächlich mit Vektorzeichenprogrammen wirklich die besten Erfahrungen gemacht. Also ich kann es euch echt nur allen ans Herz legen. Wenn ihr über den Schatten springen wollt, sagt, komm, schaue ich mir mal an, bevor ihr euch jetzt mit SketchUp oder sowas beschäftigt. Ja, ich spreche nichts dagegen, Gott, das will bloß nicht, ja. Nur diese Programme sind alle ein bisschen für den normalen Heimbastler, Heimschrauber, ja, einfach ein bisschen Overkill. Klar, wenn ihr jetzt anfangt, irgendwelche dreidimensionale Modelle zu machen, wenn es mal ein bisschen komplizierter wird, könnt ihr euch helfen. Natürlich, selbstverständlich. Aber wenn man vorher noch nie ein bisschen was rumgeplant hat und dann damit anfängt, also da tut man sich ehrlich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wie gesagt, da muss man sich wirklich hart mit einarbeiten. Und wenn man aber vorher schon mal ein bisschen Erfahrung und ein paar Berührungspunkte damit gehabt hat, dann fällt es einem viel leichter. So, das war jetzt natürlich viel Blabla. Und Blabla hilft eigentlich selten. Aus dem Grund dachte ich mir, ich zeige euch jetzt auch einmal, wie man solche Vektorzeichenprogramme in Anführungszeichen missbraucht, um damit zu zeichnen, zu planen. Habe ich euch jetzt ein kleines Tutorial gestrickt. Tutorial auch, ja, es ist eigentlich recht oberflächlich, weil es würde einfach seinen Rahmen komplett sprengen, das Programm jetzt komplett zu erklären. Es sollte aber wirklich ausreichen, um einmal die Idee dahinter zu demonstrieren und euch einfach aufzuzeigen, dass es recht einfach ist und dass ihr vor dem Programm wirklich keine Angst haben braucht. Und sollte Bedarf bestehen, das müsst ihr mir natürlich auch sagen, kann ich das Thema natürlich auch noch ein bisschen mehr vertiefen. So ist es nicht. Aber jetzt für den Anfang, belassen wir es dabei. Schaut einfach mal zu, guckt euch die Sache an und bildet euch dann euer Urteil. So, das sollte jetzt mal genug von mir sein. Den Link zu dem Tutorial findet ihr im Übrigen unten in der Beschreibung oder wenn ihr jetzt vom Blog aus hier darauf zugreift, dann scrollt einfach runter. Es ist nach dem Text, ist das Video direkt mit eingebunden, könnt das direkt angucken. In diesem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.